Mord oder... Es ist Selbstmord. Leitmeier stürzt sich kopfüber in den Fall und in eine riskante Beziehung. Ich glaube nicht, dass es Selbstmord war. Die haben sich gestritten und sie hat ihn runtergeschmissen. Das passt doch zu deiner Künstlerin. Und dich wollte sie auch umbringen. Die Wanne hat niemand umgebracht. Im freien Fall. Der Tatort. Freitagabend im Ersten. Mehr Videos finden Sie in dir das Erste Mediathek.